Hallo, Bashar Abdirahim ist mein Name. Ich bin der Departementleiter für die Allgemeinwissaralchirurgie in Askelbius Klinikum Sibnitz. Wir arbeiten hier mit dem Bauchraum. Wir führen die Operation im Bauchraum durch von Blinddarmentzündung bis zum Dickdarmkrebs. Wir arbeiten auch mit Bauchwandhärnien und Leistenhärnien. Wir operieren auch an der Schilddruse. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.